Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren am Stetten, Personalmangel in der Gastronomie und mit der E-Card in den Urlaub. Ich darf Sie wie immer recht herzlich begrüßen zu M4 Aktuell. Eine heftige Gewitterwelle forderte den Einsatz von mehr als 250 Einsatzkräfte im Bezirk am Stetten. Im Behamberg dürfte laut Augenzeugen ein massiver Blitz eingeschlagen haben und ein landwirtschaftliches Objekt in Behamberg in Brand gesetzt haben. Sofort wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst und kurz darauf standen 13 Feuerwehren mit 200 Einsatzkräften aus Nieder- und Oberösterreich im Löschansatz. Doch ein Vollbrand konnte nicht mehr verhindert werden. In Grottendorf bei Haag musste die Feuerwehr Pinnersdorf zu einem brennenden Baum ausrücken, hier hatte zuvor ein Blitz eingeschlagen, berichtete ein Augenzeuge. Wenig später wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren Aschbach, Augenthal, Öd und Mauer, Öhling zum Unwetereinsatz im Bereich Aschbach alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten Wassermassen abpumpen und vermurte Straßen reinigen. Erst in den frühen Morgenstunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Bilanz gezogen haben die Freiwilligen Feuerwehren des Abschnittes am Stettenstadt beim diesjährigen Abschnittsfeuerwehrtag im Festsaal des Landesklinikums Mauer. Insgesamt 11.202 Einsatzstunden wurden von den 452 Mitgliedern geleistet. Die Einsatzkräfte selbst setzten sich aus 413 Aktive, 57 Jugendlichen und 82 Reservefeuerwehrmännern und Frauen zusammen. Bei 1.158 Einsätzen waren die 8 Amstettner Feuerwehren Amstetten, Brainsbach, Edler Boxhofen, Krensfurt, Haus Menning, die Betriebsfeuerwehren Mondi, Buntmetall und das Klinikum Mauer vor Ort. Die Wirtschaftskammer warnt, die Gastronomie steckt in einer Personalkrise. Allein in Niederösterreich hat sich die Zahl der offenen Stellen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. So sind es laut Angaben des AMS Niederösterreich im April 450 offene Stellen. Gesucht werden Köche, Abwäscher, Servicepersonal, Reinigungskräfte und Lehrlinge. Im Hinblick auf die Lehrlingsausbildung sehen die Gastronomen ebenfalls eine große Herausforderung. Die Zahl der offenen Lehrstellen stieg innerhalb eines Jahres um 160 Prozent. Sommerzeit ist Reisezeit. Nicht vergessen sollte man auf die E-Card im Reisegepäck, denn damit ist man nicht nur in ganz Österreich krankenversichert, sondern auch in den meisten europäischen Ländern. Und zwar durch die EKVK der Europäischen Krankenversicherungskarte, die sich auf der Rückseite der E-Card befindet. Sie gilt derzeit in 28 Ländern der EU. Die Europäische Krankenversicherungskarte kann bei allen Vertragsärzten sowie in öffentlichen Spitälern verwendet werden. Abgerechnet wird direkt mit der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse. Für Reisen in die Türkei und Montenegro gibt es nach wie vor einen Urlaubskrankenschein, der bei der Arbeitsstelle oder bei der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse aufliegt. Soweit zu den aktuellen Nachrichten aus der Region. Ich darf mich ganz herzlich fürs Zusehen bedanken und wünsche Ihnen jetzt noch gute Unterhaltung mit unserem Programm auf in vierter Form. Auf Wiedersehen.